Jetzt direkt über Almuneka, Playa de Velia, da lande ich jetzt unten rechts vom Turm und da unten wohnt mein Freund Juan Palacios, links neben dem Turm an der Bucht. Los Pinos und da hinten ist La Herradura, Flick ist drüber, die Sonne ist leicht draußen. Die Sonne ist grüßt, die Sonne ist grüßt, die Sonne ist grüßt.